Hallo Freunde, ich bin Christian Schumann, Partner, Beziehungscoach, ist mein Video-Lock rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, ich wollte nochmal sagen, dieses Video über dieses Dreieck im Nachtcafé, wo es ums Thema Verlieben ging, ist so extrem gut angekommen, dass ich dachte, Mensch, wenn ihr mir öfters Sachen habt, auf die ich reacten soll, vielleicht fehlt mir manchmal auch die Fantasie, was ihr so gut finden würdet als Reaction, dann schreibt mir das gerne an supporterlibysche.de oder in die YouTube-Kommentare oder in die Instagram-Kommentare und so weiter und so fort. Dann mache ich es natürlich gerne, freue mich auch immer mal, hat mir auch echt selber viel Spaß gemacht. Ja, und war ja auch wirklich lustig mit der Mongolei, dass ich wirklich ernst habe, dass alles in der Mongolei passiert, war schon sehr lustig. Genau, heute mal wieder, beantworte ich mal wieder eine E-Mail und ja, es geht um jemand, der jetzt Ende 40 ist und ja, diese gewisse Leere fällt, wenn man eben nicht weiter sich in toxische Beziehungssituationen begibt und da mal detox. Ja, wie das so ist und wie man damit umgeht. Hallo Christian, ich hänge mit meiner Erfindung bzw. Lebensplanung oder auch Verarbeitung fest und hoffe auf einen Tipp oder Antworten auf eine Fragestellung. Ich bin bei den ersten drei Kursen dabei und nutze sie regelmäßig. Ich bin seit, vielen Dank dafür, ich bin seit knapp 50 Tagen in Null Kontakt, wobei dieser auch nur Null Kontakt ist in Beziehung zu realem Kontakt. Gedanklich beschäftige ich mich mit dem Reflektieren der vergangenen Jahre. Naja, ich weiß nicht, ob du mit den ersten drei Kursen auch Liebeskummerkurs hast, also da würde ich dir auf jeden Fall sehr diese rote Kreuzübung empfehlen, dass du wirklich auch dich gedanklich da rausziehst aus diesem, damit beschäftigen und das ist wirklich am Anfang sehr wichtig, dass man, wie du schon sagtest, dass man auch innerlich in Null Kontakt geht. Ich war knapp sieben Jahre in einer wahrscheinlich sehr toxischen Beziehung. Ich bin jetzt Ende 40, in der Beziehung war alles dabei. Schweigebehandlung, keine konstruktive Lösungsfindung. Versprechen wurden nicht gehalten. Runtermachen, abwerten. Seitens des Paares mit Schluss machen gedroht oder im Konflikt immer wieder den Satz fallen lassen, dann lassen wir es halt. Autonomie auf seiner Seite vorhanden. Auch feste Date-Termine waren immer schwierig zu vereinbaren. Ich beendete die Beziehung, nachdem in kürzester Zeit wieder ein für mich festgelegter D-Racker stattfand. Sehr gut. Ich war im Rückblick auch nicht immer nur die Liebe erfunden in dieser Beziehung massive Verlustangst, die ich vorher so nicht kannte. Ja, weiß auch nochmal hin, für die, die es noch nicht gesehen haben, dass ich auch jetzt endlich einen Verlustangstkurs habe und hier auch wieder ein gutes Beispiel dafür, was wir auch in dem Verlustangstkurs thematisieren, dass Verlustangst eigentlich immer mit einer bestimmten Art von Partnern entsteht. Die entsteht nicht so aus dem Nichts. Und Singles, sage ich immer ganz gerne, haben keine Verlustangst. Das sind immer diese schwierigen Partner, die das so auslösen. Und natürlich auch, ich will jetzt nicht auf den Partner schieben, auch die eigene Beziehungshistorie oder Kindheitshistorie. So, es war meine zweite lange Beziehung. Vorher war ich mit dem Vater meiner Kinder über 20 Jahre zusammen. Ich fühle mir sicher, dass ich ihn nicht zurück will. Er sucht auch keinen Kontakt und lässt mich in Ruhe. Er will auch keinen zurück. So, jetzt zu meinem Problem. Ich habe immer ein mulmiges Bauchgefühl, vor allem wenn ich in richtigen Zukunft denke. Ich habe dann Gedanken, dass ich auf keinen Fall alleine alt werden will und mit 60 immer noch keinen Partner meiner Seite habe. Ja, das ist so ein typischer Glaubenssatz, mit dem man sich quält, wenn man eigentlich noch so ein bisschen im Liebeskummer ist. Wie schlimm das wäre, mit 60 keinen Partner zu haben. Also, ich glaube, viele Menschen, könnt ihr auch gerne mal kommentieren, kommen an den Punkt, wenn sie diesen Weg jetzt weitergehen, wo sie sich sagen, ja, will ich überhaupt einen Partner mit 60 haben? Also, das ist jetzt wirklich, glaube ich, sehr gefärbt. Da muss man wirklich aufpassen von dieser Entzugsphase, weil jeder Beziehungsbeendigung, gerade von solchen vielleicht toxischen Beziehungen, wie du sie hattest, hier, ja, ist, also gut, dann hast du halt keine Verlustangst mehr, der Partner ist ja weg, aber du hast dann diese quälenden Gedanken, das ist ein typischer, was, wenn ich jetzt immer allein bleibe, was für mich ein Zeichen ist, dass man noch, der Entzug noch nicht abgeschlossen ist, weil, ja, du kannst mit Partner sein, du kannst ohne Partner sein, du kannst beide mal ein hervorragendes Leben leben. Klar, wir Menschen sind soziale Wesen, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man eine feste Beziehung haben muss, so, ne? Ich wünsche mir einen Partner zum Zusammenwohnen und jemanden an meiner Seite zu haben. Ich kann die Zeit gerade nicht genießen. Ich bin froh, wenn jeder Tag rum ist. Ja, ist natürlich absolutes Verständnis von bei mir, weil ich denke, du bist da jetzt noch voll im Liebeskummer und das ist dann Tag um Tag und ist ja nicht so, dass du alleine sein musst. Also, das wäre jetzt die Zeit, Freundschaften wieder aufzubauen, wieder zu suchen, ja, soziale Aktivitäten zu machen. Vielleicht, ich hoffe, dass du Modul 2 hast, da sind ja diese Zielelisten drin, also diese ganzen Sachen zu machen. Das heißt ja nicht, dass man ganz, das ist auch gar nicht so gut, jetzt immer allein zu sein. Du solltest natürlich schon unter Leute kommen, nur nicht unbedingt im Dating-Kontext, also dass du dich einfach mal ein bisschen detoxen kannst, so, ne? Versuche, meinen Master zu schreiben im psychosozialen Bereich. Ja, das ist, ich meine, klar, es ist dann alles nicht so interessant wie heiß-kalt in einer toxischen Beziehung, aber es war hervorragend, dass du jetzt in deinem Alter noch einen Master machst und das ist so genau richtig. Was mir aber so gut wie gar nicht gelingt. Ich habe einige Hobbys, sodass mein Leben auch ausgefüllt ist. Bei den Freunden ist es zurzeit schwierig, da mir auch so einige nicht erfüllte Standards aufgefallen sind. Ja, das ist ja einer der größten Nebenwirkungen der libyschen Arbeit, ist, dass man häufig durch solche, ja, nicht häufig, aber dass viele Menschen gehen dann auch durch so eine Phase, wo sie eigentlich noch mehr allein sind als vorher, wobei sie eigentlich vorher vielleicht auch schon allein waren, haben es noch nicht gemerkt, aber es kommt so auf den Punkt, weil man eben merkt, ja, das ist nicht nur der Partner, auch bei Freunden passt das an, ja, auch nicht so richtig. Und das ist echt, das muss ich auch zugeben, das ist eine schwierige Sache. Ich frage mich nur mal, was ist die Alternative, wenn wir sich weiter schlecht behandeln lassen, auch von Freunden, kann es ja auch nicht sein. Meditiere, habe viel innere Kindarbeit gemacht, wo mir vieles bewusst geworden ist. Es war viel einsamer als Kind, nicht verfügbare Eltern, Alkoholiker, Eltern und so weiter und so fort, ja. Also ich glaube, das ist so eine der häufigsten Wege, die zu mir führen ist, wenn man Eltern hatte, der Alkoholiker war wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, das ist so ein Riesenthema, wirklich. Wird immer noch zu wenig darüber gesprochen und es wird immer noch zu viel getrunken in unserer Gesellschaft, definitiv. Ich bekomme dieses mulmige Gefühl oder auch diese Ängste einfach nicht in den Griff und auch fällt mir das abendliche Alleinsein sehr schwer. Am Abend wünsche ich mir besonders einen Partner meiner Seite. Ja, also wie gesagt, du musst das ja nicht alleine machen, man kann sich ja auch, ich will jetzt nicht wieder alles durchexerzieren hier, aber steht ja auch unter jedem Video. Also du kannst dir natürlich Hilfe holen, persönliche Hilfe, wenn das notwendig ist, Therapie machen oder mal im Hausarzt sprechen oder in eine Sex-Love-Addict- oder Co-Dependence-Anonymous-Gruppe gehen. Klar, ist nicht so üblich in unserer Welt hier, aber eine Beratungsstelle, also wenn du was willst oder wie gesagt, was notwendig ist. Aber ansonsten ist es natürlich normal. Wie gesagt, man sollte nur nicht den Fehler machen, diese Droge, die man gerade loswerden will, wieder durch eine Droge zu ersetzen. Also ich rede immer ganz gerne von einem Zug, weil das so ein neutraleres Wort ist. Du bist ein Entzug von der Liebe und natürlich fühlt sich das nicht schön an, sonst wäre es ja kein Entzug. Und gerade sortieren sich deine, du kannst wirklich jeden Tag sagen, sortieren sich meine Neurotransmitter da oben wieder neu, meine Rezeptoren und werden wieder sensibel für feinere Sachen. Und ja, also insofern ist gerade diese Tage so zu verbringen, ist ein ganz großer Teil dieser Liebeschiff-Arbeit. Und wie gesagt, man muss das Level jetzt nicht noch hochdrehen. Also natürlich soll es zur Zeit mit Freunden verbringen und was weiß ich. Klar, aber es fühlt sich dann nicht so toll an wie toxische Beziehungen. Aber das vergeht natürlich. In der Regel, vor allem wenn man den Ex nicht auf ein Podest stellst, was du nicht machst hier, kann man eigentlich die Uhr danach stellen, dass es jeden Tag besser wird. Beziehungsweise, wenn man ehrlich ist, ist es häufig nicht so ein, also was viele erfahren bei Liebeskummer ist, dass es so schubweise besser wird. Also es kann sein, dass du fünf Tage hast, wo man das Gefühl hat, es geht überhaupt nicht voran und am sechsten Tag denkst du plötzlich viel weniger dran. Also naja. Aber machst du eigentlich gut. Ich bin auf keine App angemeldet. Ja, das ist die größte Versuchung. Und habe meine Datingpause verpasst. Ja, und auch das musst du ja nicht ewig machen. Wie du immer sagst, mit dem hungrigen Einkaufen. Genau. Hast du Tipps, wie man mit diesem beschissenen Gefühl, jetzt immer alleine sein zu müssen, entgegenwirken kann? Das ist ja ein komplett falscher Glaubenssatz. Also beziehungsweise, was hilft dir dieser Glaubenssatz weiter? Ich kann dir sagen, dass die Menschen, die Liebeskummer haben, denken alle das Gleiche. Und ein Gedanke ist, ich werde nie wieder einen neuen Partner finden. Warum sollte das so sein? Also heutzutage kann man mit 85 und 90 noch neue Partner finden. Und es ist ja auch nicht so, dass Dating-Apps jetzt verboten sind. Nee, du kannst das machen. Aber wie gesagt, diese Datingpause machen und es ist ja nicht so, dass du nicht wieder dich in Dating-Situationen begeben kannst. Also warum solltest du alleine sein? Und ich bin meiner Meinung, lieber alleine sein, aber das kannst du jetzt nicht fühlen. Das dauert dann eben noch ein bisschen. Lieber alleine sein als eine Beziehung, die eigentlich nur dich macht. Weil das führt ja zu nichts. Also was du jetzt vermisst, ist dieses Drama. Das werden wir auch im neuen Dramakurs ja auch mal thematisieren. Du vermisst dieses Drama, weil das dein Gehirn so schön beschäftigt hat. Und so viele Kicks geliefert hat. Und das ist jetzt eben nicht mehr. Und jetzt kannst du ja auch neu überlegen, wie möchtest du eine Zukunftsbeziehung gestalten? Aber ja, letztlich ist es natürlich menschliche Sache. Aber ich wäre wirklich sehr vorsichtig. Mit solchen Gedanken würde ich nicht füttern. Ich finde nie wieder jemanden. Ich bin zu alt. Das kommt ja alles. Ich bin zu dick, zu dünn, zu alt, zu jung, zu deutsch, zu nicht deutsch, zu dies, zu das. Ja, aber das sind Fantasien, die sehr wahrscheinlich nicht stimmen. Also ich sehe das so bei meinem Vater gerade. Ich meine, der ist ja jetzt allein sozusagen, beziehungstechnisch vermute ich zumindest, ist über 90. Also der hat mehr Kontakt als ich so. Das ist wirklich, das ist, ich denke immer, sag mal, Mensch, ey, es läuft doch Bombe bei dir. Er beschwert sich dann immer. Ich sage, ey, dann hat jeden, also er hat wirklich Nachbarschaft total gut eingebunden, hat noch viel Familie. Also der hat, wie gesagt, deutlich mehr Kontakte als ich. Und das mit über 90, ne? Ist echt cool. Ist auch klar, dass das für mich eine besondere Herausforderung ist, da ich eigentlich mein Leben lang in Beziehung waren, jetzt halt nicht mehr. Und das ist gut, dass du das sagst, weil das ist der springende Punkt. Deswegen ist gut, dass du das mal anders machst. Und ich kann dir nur sagen, du wirst da sehr wahrscheinlich in absehbarer Zeit einen ganz anderen Blick drauf bekommen. Und viele, das werden dir viele wahrscheinlich auch im Kommentar bestätigen, die das dann nicht mehr so machen und diesen Weg weitergehen. Kriegen auch eine ganz andere Haltung zur Beziehung als so ein nice to have. Aber es muss nicht. Es muss nicht. Und ja, aber das ist jetzt, wenn man sein Leben lang in Beziehung war, das plötzlich nicht mehr macht. Das ist wie in einem Leben lang Pizza gegessen hast, jeden Tag. Obwohl Pizza wird dann, glaube ich, echt über. Aber du wirst schon, wie ich es meine. Und dann plötzlich anfängst mit Möhren. Ja, das ist erst mal scheiße, bis es nicht mehr scheiße ist. Und dann normal wird und man dann denkt, das habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht. So, ne? Leider habe ich im Moment auch, ähm, schon gedacht, ich habe es nicht aufgenommen, aber scheinbar doch. Leider habe ich im Moment auch an diverse andere Baustellen im lebenspraktischen Bereich. Da sollst du dich jetzt drum kümmern, in dem ich trotz der toxischen Beziehung von meinem Ex-Partner Rückhalt bekommen habe, aber der jetzt komplett weggebrochen ist. Absolut verständlich. Will ich jetzt auch nicht kleinreden. Aber guter Zeitpunkt, autonomer zu werden. Du brauchst niemanden. Eigentlich brauchst du nicht mal Freunde. Du brauchst niemanden. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Mensch nicht ein soziales Wesen ist. Und, äh, also ich, äh, klar, durch diese vielen Umzüge ist bei mir auch viel weggebrochen. Und, ähm, ich, ja, könnte mir auch wieder gerne so klicken, wie es die früher gab und ist gerade jetzt nicht. Und, äh, ja, natürlich ist das schön. Aber letztendlich brauchst du niemanden so, ne? Äh, vielleicht bekomme ich eine Antwort. Das würde mich sehr freuen. Ganz liebe Grüße. Ähm, Kalin Kofschkola. Ja, danke für deine E-Mail. Und, ähm, wie gesagt, äh, mach diese Sachen, vermute mal aus dem Modul 2, was mach, die da drin sind. Und, äh, da sind wirklich viele Sachen drin für diese Phase. Einfach stumpf machen, jeden Tag dran arbeiten. Und dann, äh, das Gute bei Liebeskummer ist, dass man sehr, wenn man nur Kontakt ist, das wirklich gründlich macht, dass man eigentlich die Uhr danach stellen kann. Das ist dann besser jetzt so, ne? In diesem Sinne, mach die Fragen kurz unterstützt. Gern meinen Kanal an dieser Stelle mal ganz lieben Dank an die Kanalmitglieder, die mich da unterstützen. Ich, äh, wollte ich schon lange mal wieder sagen, danke sehr. Äh, oder die mir hier ein Thanks schicken über YouTube und was weiß ich. Ähm, genau. Ähm, ansonsten plane ich, ähm, ja, vielleicht packe ich das nochmal. Ein extra Video. Ja, ich glaub, da mach ich noch ein extra Video zu. Hab da noch eine neue Idee, aber da mach ich noch ein extra Video zu. In diesem Sinne, wir sehen uns bei wieder. Ciao, ihr Lieben.